Dieser gebrauchte Opel Corsa steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 98.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2007. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Er wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 5.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis